Das war so knapp, ich dachte eigentlich, ich bin sauweil vorne, und dann fahre ich natürlich über die scheiß Abkürzung runter, und dann ist Foxy vor mir und wird getroffen, da kommt auf einmal so viele Leute, da kommt auf einmal eine Blue Shell Adresse, und bin ich irgendwie noch Erster geworden. Ah, Marsch, 1337. So, ich habe die ganze erste Saison jetzt mal gestoppt und habe das erstmal, damit ich es sicher habe, aber jetzt läuft es wieder. Wo ist Dennis? Genau, der fehlt noch. Dann spielt kein MK8, das ist für ihn wie Cancer. Ach so. Ja stimmt, der hat ja geschrieben, The Gayest Game Gamer. Moment, hat Marco nicht gesagt, er hilft seinem Vater, und ist jetzt nicht dabei? Ja. Er hat dann mit, und wir haben keinen Leon. Ja, ich gucke gerade zu, wenn, wo ihr fahrt. Ja, schmeiß weg, genau. Huah, Maxi. Yes! Fuck you! Nochmals wüsste ich die, die über meinen grünen Gefahren bist. Scheiße. Der Zugang. Und die Ratchel evaded. Lachen. Läuft. Enrico, du musst das heute noch hochladen. Mal gucken. Mach da eh nicht. Wir haben einige Leute was dagegen, deswegen tut mir das ein bisschen weh. Hey, wer hat's was dagegen? Nur Maxi, der, der ist doof, der zelt nicht. Hey. Prügeln. Ja, morgen in der Turnhalle. Ey, du lässt mich hier nicht raus aus dem Level, was sind das für die Schäuze? Ich will's aber lieber, ich will's aber lieber in meinem Bett klären. In deinem Bett oder unter deinem Bett? In meinem Bett. Warum denn nicht drunter? Zu dreckig oder was? Ja. Schämst du dich dafür? Da liegen die ganzen Leichen von den Nachbarn. Nein, die sind im Garten vergraben. In Plastiksäcken. Nein. Nein. Oh doch, quack die Augen. Wir sind doch drüber gekommen. Warum hätte ich nicht runtergefallen worden? Ja, Leon, ich glaube, das ist auch dafür gedacht, dass die Matratze nachts nicht quietscht, wa? Ja. Weißt du, da hast du so einen schönen Widerstand immer. Ich bin nicht. Ich bin mittlerweile schon so ein bisschen zermatscht. Aber das ist ja... AAAAAAAA! Ich bin zau'n, du, ey. Letztens war das so heftig, da hast du den Kopf geplatzt. Das war nicht so... AAAAAAA! Ja, fuck, man. Dann würde Leon den Kopf für noch was ganz anderes nutzen. Alter. Oh, Foxy, Alter. Foxy. Ist das ein Drecksau. Was habt ihr euch früher eigentlich falsch gemacht? Kaputt, wie du bist, kann man doch nicht sagen. Alter. Nein, doch, der Roter. Nein. Die Erziehung, Alter, heute. Ich hab's. Das ist kalt. Es gab... Der wurde einfach völlig seinem Leben überlassen. Dem haben wir so einen Zettel in die Hand gedrückt, so, und das hast du zu befolgen, und das war's. Mach was aus deinem Leben. Foxy hat sich dran gehalten. Ah. Ja, der eine Elternteil von mir war ein Wolf, und der andere der Cthulhu. Letter Foxy, ey. Wer ist eigentlich Zweiter? Wolki irgendwas. Wolki 23. Bitte. Na, jetzt. Puh. Und warum wäre alles Marco mitgefahren? Ich hab keine Ahnung. Das Schlimme ist, er hat keine 1337 mehr. Hat er der geschafft? Ja. Hat er geschafft. Zusammen mit irgendeinem anderen. Oh, nur so eine Scheißstrecken. Welche denn? Äh, Mario, Mario Dings, ich hab's vergessen. Äh. Trocken Dünen, oder wie das heißt, und diese zuckersüße Huren, so einen Canyon-Scheiß. Also, das hast du treffend beschrieben, ey. Ist so. Ist so. Wollt? Wolki 23. Ist Australien. Die Franzose, die Japaner. Was ist das Rote mit diesen weißen, äh, mit den blauen Strichen? Ey, Lea, siehst du, aus Dünen kann ich das gar nicht hochladen. Ihr habt so viele rassistische Bemerkungen gemacht. Was glaubst du, ob ich mir da für Arka einhandle? Wie gesagt, gib's mir. Ist das Norwegen? Ja, Fox, das ist doch nicht schnell, das ist mir klar. Ja, das ist Norwegen. Das entspricht meinem Durchschnitt. Welcher Durchschnitt? Norwegen. Der Japaner kommt aus Wakayama. Loll. Waka, waka, ey. Waka, waka, ey, ey. Nein, Alter. Doch. Wakayama. Wakayama. Was? Alter, wie, wie, wiegst du einfach in den Windschatten? Lea, das war doch für dich so ein geiles Lied, war? Nö. Doch. Na, Maxi, Alter. Was, Mann? Ist alle Münzen nicht laut. Du bist ein Arschloch, das wissen wir doch alle. Fiss dich. Ich sagte Maxi, nicht Foxi, sag mal, hast du aus deiner Ohren? Ich weiß, der Maxi. Foxi muss auch eine Ohren aus. Naja, ist klar. Anfang des Renns, erst mal ne Scheißpflanze. Da kommen noch mehr Rote. Natürlich, Wolki, du Hurensohn, der Digga, dann noch ne Scheißpflanze. Gib mal drauf, gib mal drauf da, gib mal drauf da. Sehen wir mal einen gemeinsamen Gegner. Hui! Hui! Pfff, was zur Hölle, was das? Hey, stopp! Wie viele Münzen hier lieb? Alter! Wow, Maxi. Schau dich ab, Mann! Okay, das ist, das ist, das ist immer ein Sanker, hier. Wer ist erster? Maxi, ne, doch nicht, äh, keine Ahnung. Nein, ich bin zweiter. Ja, ich hab mich gut gesehen. Maxi fragt, wer ist erster. Und du sagst Maxi ist erster, sehr interessant. Stopp! Scheiße, 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 Bluschelmann. Au, heiß! Ich hab drei Rote auf dem Zweiten, wie geil das ist. Als wie Leon gerade stirbt. Alter? Oh ja, genau, ist klar. Ich spring über die kleine Sprungschlose, wo es dann zu den Wegen geht. Bekommt der Rote, werft den nach vorne, der vor mir hat drei Grüne, fängt die Rote ab, wartet auf mich und drückt mir die Grünen rein. Ja, super für dich. Hallo Maxi. Hallo. Bist du vor mich? Ja. Bist du vor mich, Alter. Ah, genau, Spiel! Pass nicht vor. Okay. Was war wohl? Nein, ich hab nicht getroffen. Oh, meine Hosen sind, da kannst du Glück gehabt. Ah, nice. Danke fürs Vorlassen, Leon. Das erinnert mich irgendwie gerade an euer Duell mit dem Kugel-Willi und der Bombe. Nicht wahr? Kann ich mal von dir reden. Nee? Ich glaube, ich glaube, du weißt es doch. Nein. Doch, weißt du. Nein! Leon, Gamaeer. Oh nein, Leon, ich hab Kugel-Willi, du Hure. Was weiß, ne Bombe nach hinten? Wow! Das meint ich Max. Nein! Wir haben doch Lothar! Nein! 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 Ich hab nicht in den Kugel-Willi, du Hörstel-Willi, du Hörstel-Willi, du Hörstel-Willi! Seid ihr bescheuert im Kopf, oder was? Ich bin auch ins Abseits geflogen und nach und nach und nach. So, aber wie bescheuert seid ihr eigentlich im Kopf, Alter? Wie kann man nur so... Na, der Scheiße! Wie kann man nur so scheiße im Kopf sein, Alter? Foxy, lass es passieren. Ich wollte mich... Foxy kriecht wieder irgendwo hinten bei den... Keine Ahnung... Bei den Lappen... Franzosen rum. Bei den Lappen. Bei den Franzosen. Das war nicht fair, das war nicht fair, das war nicht fair, das war nicht fair. Dann ist Mario Kart denn fair. Maxi, das musst du mir mal erklären. Manchmal, wenn ich gewinne, ist es fair. Ja, trotzdem, das passiert aber relativ selts. Naja, ja, jetzt, wo Leon dabei ist, wieder weniger. Ja, wieder 4.015, ja, also... Was? Was? Galdini, Galdini. Du Pädophiler. AAAAAAAA, LOS! Leon, fährst du dich mit dem scheiß Bike. Ansonst du dich mit dem Scheiß, äh, weil er beim Start losschreit. Weil er es kann, weil er es kann. Ich muss ja tot, wo ich... Ich muss ja... Ich rammt sich hier. 1-8, es geht hier ab! Oh, warum? Jeder rammt sich hier, BTS. Foxy, der hätte uns so toll nach vorne pushen können. Foxy, so lol, nope. Oh, ich hab jetzt geforzt. Was? Was? Warum hab ich hier noch mal ein Elfter? Was zur Hölle? Ja, so geht's dir auch die ganze Zeit, Maxi. Und jedes Mal, wenn du ein Item bekommen würdest, wirst du dir weggenommen. Ja, es gefällt den Riku wieder, sehr klar. Ja, natürlich gefällt mir das. Alles, was Foxy wieder fährt, wenn er rumschreit, gefällt mir. Egal, ich hatte Königspürst und bin schon wieder... Maxi, jetzt tu ja nicht so, als würdest du dir anders gehen. Mir geht's ehrlich gesagt anders. Das glaubst du, dass Foxy gerade wieder abgeschossen wurde. Wie ist denn das Beide? Ich weiß, dass er um die Kurve kam, und es kam keine Gottwander-Meldung für die Scheiße-Red-Share. Spreng dich doch, ihr Terroristen-Schweine! Nein, ich kann nicht mehr! Fuck, du Hure! Ich kann echt nicht mehr! Ich kann ohne den Weg! Nein, doch, ist guter! Fuck, du fuckst! In meine Banane! Nein, du Hure, Mann! Ich kann nicht mehr, ich hab halt nicht weh! Fuck, sie kann nicht mehr! Es ist ein Item! Ja, und frisch! Was war... Ja, du Huchte! Willst du mich? Ja, du Feuer! Ja, ich kann nicht mehr! Alter, vor allem ist geil, weil es ist auch genau hinter Foxy, wie ich uns alles gut angeschaut habe. Das war so geil! Einfach! Oh mein Gott! Das ist das geil! Da war endlich wieder, dass willst du mich verarscht, ey. Das hab ich so vermisst. Ich werde jedenfalls euch ausrechnen! Noch mehr! Oh, und ich kriege ja gleich gerade alles ab, was man abbekommen kann! Natürlich! Oh, Max, jetzt weißt du, es mir die ganze Zeit geht, wenn ich Madokar spiele! Für Max, die wird alles aufgehoben. Ja, ich glaub's! Weil ich kriege so einen verdammten Stern! Ich kann nicht mehr, Alter! Halt die Fresse, Enrico! Das ist so geil! Alter, Juri, das ist nicht der Erste, das ist klar! Du machst das auf Tenten! Wie konntest du das denn nur passieren? Ich glaub, ich mute mich mal kurz, damit Maxi mich nicht umbringen will. Was ist der Maxi nicht Erster geworden? Lach nicht! Ich glaub, ich hab 90% aller Eisem sich abgefeuert, wenn ich im Rennen abbekommen! Ja, nein! Ich konnte keine zwei Meter fahren ohne irgendwas in die Fresse zu bekommen! Ohne Scheiß, das wäre nicht mehr normal! Ohne Scheiß, das wäre nicht mehr normal! Halt die Fresse, Enrico! Halt die Schnauze, Mann! Ich wein gleich! Halt die Schnauze! Halt die Schnauze! Ich kenn' kaum meine Augenkopf, nein! Halt die Schnauze! Halt die Schnauze! Halt die Schnauze, der hat uns eingekriegt! Jetzt die Freude von Maxi! Aber ich glaub' der freut sich grad' gar nicht! Maxi, was ist los? Bist du wieder scheiße gefahren? Ich glaub' ja! Maxi ist wieder scheiße gefahren! Ich will nicht scheiße gefahren! Doch! Deine Stille verrät das! Maxi goes and rage! Rage quitt. Ist alles anders, alles... Ja, kann ich mir in der Große! Ja, es war ja wahrscheinlich! Ja! Ja, natürlich! Ja, und der scheiß Blume! Natürlich! Immer! Immer drauf da! Eigentlich ist das schön, wenn man hier so aus einer Entfernung das mithören kann. Enrico, ich geb dir gleich aufs Maul! Aole Scheiße, Enrico! Wir kaufen einfach ein Bayern-Ticket nach Berlin! Mach doch! Bayern-Ticket nach Berlin! Legit! Alter, das ist keine Ahnung von unserem Bahn-System, oder? Nein! Nicht wirklich! Oh Mann, ey! Das Bayern-Ticket ist deutschlandweit! Wow! Toll! Es kam nur in Bayern zuerst raus, das ist dem... Nö! Rösschel! 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 Joko Bisshmot! Fatsch! 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 Nee-ee-ee-ee-EEIN Alter, zu unglaublich was ich sage Alter, Leon! NEIN! NEEIN! LEON! Ich fak, aber das wäre Ich hab' Fehler Warte vaig' einfach mit dir Foxy, alter Ich hab' versucht' nen Shortuser zu nehmen und verkack' dich Och mein, Foxy Och man, Foxy Oh, ach man, Foxy, oh. Maxi, hör auf Mitleid vorzuheucheln. Okay. Junge, Alter, ey. Das ist los mit dir. Das ist los mit dir. Was ist auf die Fresse, oder was? Meins wäre schon wieder da, oder wie? Ach, scheiße. Ey, Bowser fährt mit! Den Nigger! Bowser! Bowser! Oh, mach mal. Der ist Bowser. Wolki! Von Riccardo. Ja, das hat man raushalten können bei dir. Wolki, wenn du das jemals hörst, sterbe deinem Feuer! Das würde er nicht hören. Oh, Leons Lieblingsfahnenlaut! Welche denn? Zuckersüßer Canyon. Das ist fast gut für Leon. Dieser Hurensohn war das, wa? Ja. Ich hab schon wieder so wenig... ...viele Pumpe. Das ist so geil, Zuckersüßer Hurensohn. Oh mein Gott. Das Fehlstadion ist sehr geil. Läuft, muss ich sagen. Aua. Bam! Aber wie können wir denn laufen? Wir sind auf Cards. Was? Das hängt nicht. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ja, ja, ja. Natürlich wieder der Rote! Und ich bin auf dem neunten Wasser! Und der Hurensohn! Der Hurensohn! Ha, 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 ha! Foxy, jetzt sag mal nochmal, was du gesagt hast. Wie soll das laufen? Wir sind auf Cards. Junge, schon wieder ein Fehler! Fick dich! Mal Leon heißt das! Steck steck halt, ja. Bastard ey! Bastard! Ja, 20 Euro. Jetzt hab ich wieder unter 4000 Punkte bestimmt. Ah, Foxy, Hure! Ah! Ah, herrlich! Jetzt guck ich mal, ob das Spiel auch verfügbar wäre. Oh, alles wäre verfügbar, das ist gut. Was ist verfügbar? Die Konsole und das Spiel. In der Videothek. Aber ich renne jetzt deswegen nicht los. Doch! Nein, wenn dann erst morgen früh. Warum erst morgen früh? Weil ich nicht für den heutigen Tag, wo nur noch ein paar Stunden übrig sind, was bezahlen will. Das ist Geldverschwendung, aber davon verstehst du ja sowieso nicht. Enrico ist knausrig! Ja und? Geizfragen! Da, Robert! Nein, Mr. Krabs! Nein, 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 nein. Oh, Marky, du Hure! Fress! Fress! Was hast du gemacht? Ja, getroffen! Hure! Der freut sich jetzt so, als ob er sonst was erreicht hätte. Ist mein persönlicher Erzfeind jetzt! Ja, dann hau ihm persönlich eine rein, aber doch nicht mit dem roten Hals. Ja, aber ich kann jetzt nicht einfach schnell nach Australien fliegen! Und der Grunde nicht! So ganz einfach! Maxi, du kannst mal schnell nach Australien radeln! Ja, aber ich, ähm... Ey, schwimmen wär noch besser! Ich bin sehr schön! Ja, genau! Weißt du? In der letzten kommanderten Sekunde, wo ich noch klein wär, werd ich eingestampft! Und werd deswegen nochmal vom siebten zum zehnten! Nachdem ich das Scheiß-Blitz schon in der ungünstigsten Situation erwischt hab! Und ich deswegen eh schon von, was weiß ich, äh, vierten oder was zum siebten bin! Danke, Spiel! Danke! Oh, Wolki, du Hure! Oh, hab ich nicht geholfen! Oh! Am Arsch! Spiel! Oh, 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 oh! Siebter, was soll ich mit dem Scheiß-Platz? Oh, mein Gott! Das war richtig! Chica war erst, aber scheiße! 38 Punkte! Wirklich! Oh, mein Gott! Ach, nee! Sehr geil! Leon, Alter, wie schaffst du das so? Äh, nicht laut zu lachen! Ich fahr grad nicht mit, deswegen ist es nicht witzig! Wieso denn nicht? Und darum? Warum? Weil ich sonst der, ich muss der Ausschlaggebende sein, der macht die zum Scheiß-Blitz! Na gut, das stimmt, da ist natürlich der Spaßfaktor noch ein bisschen größer! Vor allem wenn man Leon persönlich plattgemacht hat und der gerade ausgeflippt ist, deswegen war das schon sehr lustig! Nicht wahr, Leon? Ich will den Sonnenflughafen und Maxi wieder runterschmeißen! Alter, die Schnauze! Wehe, Mann! Wenn du jetzt bei random dran kommst und ich rage, wird er aber ohne Scheiß! Oh, Kumu! Schade! Oh, Kumu! Schade! Deine Scheiße! Hahahaha! Arbeite doch endlich mal, umzumeckern! Arbeite in der Zentrale mal ein bisschen! Ja, würde ich mich einstellen, gerne! Ja, hör doch auf! Ich würde endlich mal bessere Spiele aus! Geh zu dem Nintendo-Chef! Hör doch auf, Junge! Ich erschieße einfach Iwata, werde zum neuen Präsidenten und mache coolere Spiele wie zum Beispiel Super Mario Sunshine 2 oder... San Goku gegen Superman! ...Leon für die neue... Christian! Hör doch! Nicht wahr, Leon? Das wäre ein Spiel, das ich sicher scheiße oft verkaufen könnte! Bestimmt! Oder ich mach endlich Pokémon Fusion! Irgendwelche Noobs wären das sicher kaufen! Pokémon Fusion würde jeder kaufen! Fusion, ha! Echt genau, die Pokémon machen dann FUSION! Foxy! Siehst du, und dafür brauchst du bei Nintendo die Nintenz von Dragon Ball. Ach, komm schon, wirklich! Superman eh brauchst. Aber jetzt Foxy, sehr schnell. Eigentlich nimmt es sich wie in einem Puzzle zusammen. Ich hätte jetzt bei FUSION eigentlich schon an was anderes gedacht, aber okay. Was? Was? Ist egal. Foxy, was machst du da? Ich wurde gerade von einem grünen getroffen da an der Stelle. Genau, noch ein roter. Genau. Weißt du, jetzt war ich eine Runde lang Erster. Ja, jetzt bist du eine Runde lang Erster. Tja, das sind halt die falsche Runde Foxpacks. Was? Foxpacks? Es ist kein Unterschied, wenn es wieder vor der Zielgerade gewesen wäre. Ja, dann bekomme ich einen Pilz! Und... Ja, genau! Es klappt! Ich fahre mit dem Pilz über das Offroad und dann kommt der Roter! Oh Gott! Zehnter, Elfter! Letzter! Jetzt noch gegen eine Kuh! Gegen eine Kuh? Digga, was machst du denn? Tom! Oh, komm! Oh, das ist ein Glösser! Oh, das ist ein Glösser! Oh, das ist ein Glösser! Blitz für dich, bitch! Bitch! Das ist Leon! Oh, Leon, du Letzter! Ich war noch gar nicht mit, du Spasti! Was? Darbensübertragung! Immer noch! Oh, Leon, du hast Minus 15 gekriegt! Yay! Super! Guck mal, ich krieg Minuspunkte, obwohl ich gar nichts mache! Ja, du bist Letzter geworden! Weil du nichts machst, Leon! Alter, Leon, du Atopie! Oh, ja, Leon! Du sagst was, Nintendo mit den Servern! Diese Huren! Ich glaube, es liegt an dir, Leon. Bei uns ist es auch nichts. Ja, ihr seid ja auch scheinig. Leon, es liegt immer an dir. Du bist immer schuld. Nein! Oh, nee! Dein, ihr scheiß Flughafen! Warum bin ich dumm? Was meinst du, warum ich den genommen habe? Ah, komm, der kommt eh nicht dran. Es kommt Variabfahrt dran. Sag das nicht, ja? Nein! Also, wenn jetzt meine eigene Bahn dran gekommen wäre, Alter. Dann wird... Oh, Leon, unter 4000! Oh! Ich komme auch nicht mehr weiter nach oben. Das Spiel verhindert... Was? Ich bin hoch. Schade, Leon, ey. Herrlich. So ist ein Nachmittag schön. Oh, ja. Ein bisschen rumbrüllen. Ein bisschen ragen. Ein bisschen lachen darüber, wie andere sich aufregen. Ehrlich. Ach, ja, schön. Vor allem, wenn die aufregende Stimme so lustig klingt wie die von Foxy. Oh, ja. Was? Ergöttz dich auch noch an meinem Leiden. Ich ergötze mich nicht an deinem Leiden. Ich ergötze mich nicht an deinem Leiden. Ich ergötze mich an den Leon her. Ich ergötze mich an den Leon her. Ja, die Abkürzung, du bist. Ich kann die nicht. Bin die noch nie gefahren. Opfer. Oh, fuck. Dann macht sie, you're in the play. Oh, fuck. Was? Nooo, wirklich Egal wo ich bin Sobald mindestens eine Runde vorbei ist Habe ich mindestens zwei Rote gefressen Das war doch schon immer so Ich könnte letzter sein Und werde von Roten getroffen Der die eine Runde rumgegangen ist Ja, genau Das ist meine eigene Rote Und dann bekomme ich Leon, fahr rein Leon, fahr rein Leon, fahr rein Verdammt Er war zu schlecht im Schmeißen Nein Doch Bin gegen den Baum gefahren Boom Fuck Ich wand, sondern Baum Ach, Baum, verpiss dich Ach, Baum, verpiss dich Wolke Halt die Schnauzle jetzt hier Die Rote ist an mir vorbei Ja, ich schau dir den scheiß Cheats aus, Mann Ey, die Ding ist wiedergekommen Nein, 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 der ist vorbei Was passiert hier gerade? Ja, ich frage dich Vielen Dank.